Harry Potter Harry Potter lässt man träumen, träume wahr werden im Kopf. Man kann einfach sitzen, Filme gucken, Fernsehen gucken und das spielt alles da ab. Und ich habe alle Bücher gelesen, alle Filme gesehen. Meine Kinder sind klar, Harry Potter Fans. Eine tolle Fantasiewelt. Jede Darsteller bringt was anderes mit und die Interaktion mit denen ist toll. Zu sehen, wie die miteinander mal so umgehen, das macht auch ganz viel Spaß. Die sind alle heiter und extraviert und positiv und das ist einfach genial zu erleben. Happy Birthday! Oh ja! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Ich bin hier auf Schlossburg. Ich bin auch ein Teil des Schlossbaubvereins. Wir sind sehr stolz, so etwas hier mal vor uns zu haben. Aber wenn man hier rumlauft, man spielt ein bisschen Hogwarts durch seinen Kopf, welcher vielleicht Ableger von Hogwarts hier ist. Wenn wir Kinder hier zu Besuch haben, ich gebe auch mal Führungen auf Schlossburg. Dann spielen wir ein bisschen damit. Und wir haben manche Bilder auf Schlossburg, die sich bewegen hin und her. Genau wie beim Hogwarts. Ja? A huge round of Applaus, Danke!